Hallo Leute und herzlich willkommen zu vor einem Stream auf diesem Kanal Hallo und herzlich willkommen auf einem weiteren Stream auf diesem Kanal ich hoffe euch geht es alle gut da draußen ich habe auch lange keinen Streams mehr weil ich gebrochenen Armen habe spielen kann ich eigentlich auch nicht so wirklich gut aber es geht halt manchmal also ich werde wahrscheinlich nicht so allzu lange aber wir werden den Stream ein bisschen in der Länge ziehen falls ihr es nicht vergisst lasst ihn kosten oder ich werde mich auf jeden Fall freuen teilt ruhig den Stream mit allen euren Freunden Ryan wenn du mit mir spielen willst dann musst du kommen teilt den Stream und auch an sich den Kanal mit euren Freunden würde mich auf jeden Fall mega freuen würden wir noch vielleicht in zwei Monaten die 100 knacken ich habe einen Kumpel der hat ein paar der hat 63 Videos und hat schon der hat schon 150 Abos bis 162 wenn wir diese Marke knacken wird das schon echt cool sein dafür müsst ihr einfach nur fleißig abonnieren Hilfe LOL Hallo weil ich kann nicht die Spitzung nicht mehr LOL LOL Halt Taylor Bro Halt Taylor Bro Kommentare werden sofort gelesen gerade geht es schlecht was meinst du da was würdest du mir grad sagen Taylor was würdest du mir grad sagen 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 auch mal streamen teilst mit seinen Freunden oder was für Werbung alter würde kur sein wenn du meinen Kanal auch teilst schließlich hast du auch Moderator also mach mal auf Ehre Ich tröste an dich, Ryan, weil du nicht beleidigt hast. Bruder, weg hier, weg hier! Bruder, was macht der da, Alter? Will er küssen, Alter? Und er will auf engsten Raum mit mir küssen oder so, Alter? Bruder, weg hier, Alter! Ei! Bruder, der will doch auf engsten Raum mit mir küssen, Alter! Geh doch mal weg, Junge, verreckt, Alter! Hier haben wir einen Hit, Alter! Bruder, muss groß! Ich hab gefühlt drei Schuss und die haben... Ich hab gefühlt nur drei Schuss und die haben gefühlt 100 Schuss, Alter! Nein, ich sterbe ein Falscher an! Oh mein Gott! LoL, teilt auf jeden Fall den Stream mit euren Freunden und lasst ein Like und ein Abo da! Ihr könnt doch mitspielen, Bruder muss los! Ich muss aber wirklich komplett los, Mann! Machen wir jetzt mal weiter mit der nächsten Runde, ich freu mich auch über Likes und alles! Kein Denk für den Kind! Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ich machen soll in meinen Streams, dass euch das besser gefällt, damit ich das besser machen kann, damit das euch besser gefällt! Ich warte jetzt nicht mehr mal, ich warte nämlich jetzt mal, weil ich will sehen, dass ihr schreibt, was für euch gut ist, was euch dann an meinen Videos oder an meinen Streams so gefällt! Ich schreib das jetzt mal rein, ich warte, bin gespannt! Mein Deutsch ist auch manchmal echt gut, aber lasst es! John Fick! John Fick! John Lick! John Dixi! John Dixi-Clo! John Dixi-Clo! John Dixi-Clo! Und der ganze Zerschossen, John Dixi-Clo! Bruder, gehen wir mal zu tief, schreibt auf jeden Fall in den Kommentaren, was ich an meinen Videos machen soll, damit es euch besser gefällt! Was hast du rein? Wie gesagt, schreibt rein was an, was, äh, ich mache dann, damit die Videos für euch besser sind. Oder auch streams. Es wird nicht alleine, das Babycancer. Kannst du spielen, dann join du mir mal. Wenn du spielen kannst, dann join mir mal. Ich hab dir eine Einladung geschickt. Ähm, aber wie gesagt, teilt einfach den Stream mit euren Freunden. Ich geh jetzt mal die Party verlassen. Hey, warum Soundboard? Für was soll ich ein Soundboard auf der PS4 machen? Bist du dumm, Alter? Sorry, aber wie soll ich mit dem Soundboard an der PS4 machen? Digga, das einzige, was ich machen kann, um das zu ändern, äh, wenn, dann muss ich Videos machen. Wenn ich Videos mache, kann ich die Videos schnallen und da Soundeffekte und alles reinknallen. Bruder, Badon, Alter. Ey, das ist einfach John Wiki. Hallo, Ryan, kannst du reden? Hallo, kannst du reden? Wenn du reden kannst, dann chill immer mit deinem Kopf, ja. Kannst du reden? Ryan, kannst du reden? Dann chill, mach mal so. Kannst du nicht reden? Dann mach so. Alter, ich kann nicht mit dir spielen, wenn du nicht reden kannst. Kappa. Boah, kannst du jetzt reden, Ryan? Ja, dann mach. Dann krill jetzt. Ja, dann krill jetzt. Ach, dann red doch jetzt. Das ist schon wieder so ein Punkt, der mich gerade an dich wieder aufregt. Komm, jetzt red mal. Ganz ruhig. Taylor? Kannst du Fortnite spielen? Nein. Kannst du fort, kannst du fort mal spielen, Taylor? Ich muss mal kurz dich anrufen, Ryan. Bei mir redest du nämlich nicht. Ja, und was jetzt? Ich fahr das einmal kurz. Und Taylor, du kannst dir derzeit reinschreiben, ob du spielen kannst. Ja, okay. Ryan, wenn du bist ja im Stream. Jetzt guck mal, ob du vielleicht irgendwo leuchst. Oder guck mal, ob du zwei Leute hinkriegst. Dann könnten wir vielleicht nämlich Traitor spielen. Also hier, Dings, Mörder. Also, wenn du verstehst, wie ich es meinte. Das heißt, jeder kriegt drei Pistolen und... Achso, Ryan, du weißt mich jetzt. Ryan. Ryan, versuch mal, irgendwelche Leute... Versuch mal, zwei Leute aufzutreiben, mit denen wir dann was spielen können. Also die zwei Leute, wo dann drei Pistolen bekommen. Und einer ist halt der Böse, der muss uns töten, das ist wie Mörder. Jetzt guck mal, ob du vielleicht... Nennt schüttelt. Was noch mal, ich war etwas irritiert. Und ich kann auch nicht so gut hören, gerade weil ich hab ne Mittel-Oinz-Helung, so. Ich bin etwas Tauber als sonst. Hey, Leute, ich komm nicht mehr rein, du musst verlassen. Warte. Ja, weil ich auch nicht bereit hatte, deswegen kommst du nicht rein, warte. Boah. Boah. In der Schule warst du aber nicht, ne? Ne. Die letzten Tage nicht. Bis Freitag komm ich, äh, bis nächsten Monat komm ich, oder in die Schule. Weißt du was, was los ist? Ein Kumpel von mir, der hat später mit YouTube angefangen und der hat 160 Abonnenten. Autsch. Das tut schon weh, jetzt weiß ich, warum du gefragt hast, was du an deinem Studium ändern kannst. Ja, und der, weißt du was, und der hat nur 60 Videos und ich hab fast 300 Videos. Autsch, das tut schon weh. Und merkt mal, merkt mal den Unterschied. Der hat, äh, der hat fast ein halb, der hat fast ein Jahr vor mir angefangen. Also, äh, äh, was für vor mir. Ich hab fast, ich hab fast ein Jahr vor ihm angefangen und er hat einfach in letzter Zeit so doppelt die Klicks gemacht, weil irgendwie Leute zu ihnen ankommen, aber ich hab ja auch gesagt, Teil und so und Teil und so. Weil ich weiß auch, warum die nicht kommen. Ich glaub, weil in der Schule mich nicht alle mögen. Irgendwann eine Art. Hast du so ein Parcours, den wir machen können? Ne, stehe aber auch nicht so auf Parcours. Sonst würde ich sagen, guck mal, ob du zwei Leute auftreiben kannst, mit denen wir dann spielen können, mit, äh, hier, dem wir dann so Trade-Tiff und so machen können. Ähm, ich hätte vielleicht, Philipp, aber da müsste ich die Lobby beitreten. Weil, irgendwie, Philipp hat gesagt, der spielt nicht mehr mit dir. Philipp hat einen Hass auf dich. Ja, weil ich krank bin und der folgt. Nein, er sagt, du, na, er hat gesagt, auch heute in der Schule, du bist auch schwul. Ja, weil der einen Hass auf mich hat, weil, ähm, er, ähm, nämlich, weil erstens ich nicht, ähm, rumgekommen bin, aber meine Mutter und, ähm, weil ich ihm die 2FA hab und er, ich wollte ihm das noch einrichten. Ich hab aber nie gesagt, wann. Ja, ich hab die 2FA auch nicht und juck mich auch nicht. Ich kann das aber auch noch machen. Kannst du nicht. Junge, warum kann ich... Doch, kann ich. Ja, wie denn? Brauchst du nur ein Handy dafür? Mhm, ich hab ihn mal eingeladen, Philipp. Okay. Warum kann ich nicht dancen? Das ist unfair. Wir brauchen auf jeden Fall 2 Spieler. Kannst du nicht irgendwo 2 Spieler auftreiben? Nein, ich hätte jetzt keine 2 Spieler. Hast du keine Xbox-Community, wo du reinschreiben kannst? Äh, ich hab... Äh, doch, ja, schon, aber... Dann schreib mal rein. Frag mal nach. Äh... Ich hab nämlich, äh, weil wenn ich raustappe... Ja, ich will lieber wo. Weil wenn ich jetzt raustappe und schreibe, dann sehen die PS4 nicht, wie da nicht alles. Okay. Guckst du mir grad noch ein bisschen zu? Äh, äh... Ich, ähm... Das irritiert mich. Nee. Äh, äh, ich hab ja schon gesagt, ich hab ne Mittelohrentzündung. Und, ähm, das ist dann etwas, das auf das Lautere mehr konzentriert als, ähm... Im Moment auch, als, ähm, das, was ich hab, direkt am Ohr hab. Macht nicht, Hauptsache, du verstehst mich. Mhm. Aber es kommt ja mindestens 20 Sekunden oder so später. Weil, dann, ja, ja. Ach, und manchmal time-team das Dream etwas aus. Ja, dafür kann ich wirklich nichts. Okay. Also, im Stream lasse ich jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde oder so. Und dann würde ich ein Video drehen. Äh, wenn du willst, kannst du beißen. Weil, das will ich dann hoch, äh, professionell über den Shark Factory da, ähm, schneiden. Und will das dann, äh, halt mit Intos und, äh, so, wie die anderen YouTuber halt, will ich das dann so hochladen. Aber wir brauchen jetzt mal zwei Leute für Trader. Warte mal, äh... Weißt du, was ich gesehen habe? Dass viele Leute in ihren Streams Abo gegen Abo machen. Okay. Aber ich find, ich find das nicht cool. Abo gegen Abo, äh, Abo gegen Abo ist ja voll irgendwie kacke. Weil, das war schon 2011 so, dass es mal so war. Und das war auch 2011 schon so beschissen. Dass die YouTuber Abo gegen Abo gemacht haben. Und das hat man halt immer gehasst. Wenn die jetzt alle machen, Abo gegen Abo ist, voll behindert. Also, das heißt behindert. Ich find's halt nicht cool, ich würd's nicht machen. Es sei, ich schreib's in den Kommentaren, dann ist es was anderes. Aber an sich so eins gegen eins hab ich keinen Bock, weil ich bin ja leicht zu provozieren. Das hat man nach früher... Das hat man ja früher an mich gemerkt. Ja. Mach du essen. Ja. Und unter Umständen gibt's bald ein 1.1 Modus. Ja, und hast du jetzt... Hat sich jemand schon gemeldet? Ich hab hier jemanden angeschrieben, aber... Von deinen Freunden? Ja. Aber bisher hatte er da noch keinen Bock. Was hat er denn geschrieben? Das ist ja noch nix. Mach du mal ein bisschen und guck mal, ob da was rausfindest. Ich bin in der Zeit ein bisschen auf meiner Map und ich bin ein bisschen mit der Waffe von... Äh, sorry, Leute. Ich bin ein bisschen mit der Waffe von dem alten John Fick. Ich bin... Ich bin John Fick irgendwie geil. Ich hab John Fick, ne? Aber auf meinem PC den alten John Fick. Ja, eigentlich ist das ja irgendwie... Eigentlich so John Fick ist es jetzt auch nicht. Ist er, ähm... Der heißt ja der Sensenmann. Ist ja nicht so John Fick, aber... Er wird als John Fick bezeichnet. Bleib mal verstehe. Also irgendwie, uns sind das jetzt... Das ist jetzt der echte John Fick. Das ist jetzt der echte John Fick. Der Sensenmann ist dann... Ich weiß es. Der John Fick aus der Sensen... Aus das Season 3 ist ja auch ein John Fick. Aber das ist der richtige John Fick aus Kapitel 3. Ah, ich weiß, was sie meinten. Der John Fick aus der Sensen 3 ist für Kapitel 1 gemeint. Und vielleicht... Und der John Fick aus jetzt... Und der John Fick, den du jetzt hast, ist für Kapitel 2 und 3. Stimmt. Ich hab ja... Kapitel 1... Ich hab zwar bisher noch kein... Hier, guck mal. Weil Kapitel 1 sah John Fick nämlich anders aus. Ich hab das auch nicht geguckt, aber ich hab halt manchmal so welche Ausschnitte gesehen. Und John Fick 1 seiner... Ähm, am ersten Staffel anders aus anstatt in den 2.10 Uhr dritte. Gib mir mal die Waffe. Ich will auch ein bisschen... damit spielen. Dann hat er sich gemeldet. Ich hab das engst, Klappe. Ähm, dass der, ähm... Der soll, ähm, dass der ab 18 ist. Ne, ab 16 ist. Ich kann den in einem Jahr gucken. Hallo, und? Was ist jetzt hat sich der gemeldet? Bisher hatte er sich noch nicht gemeldet. Ne, der hat sich bisher noch nicht gemeldet. Ich... Ähm... Spielen... Spielen wie so lange? Eins gegen eins? Warte. Nein, eins gegen eins kenn ich ja gar nicht. Oh nein, Baby, ich kann schon. Lass mich schon mal. Leute, geht sofort los. Ich darf nicht weniger die 5 Sekunden offline sein. Also wenn ich weniger als 3 Minuten nicht wieder im Spiel drin bin, wird der Stream aufgebrochen. Und Leute, falls es der Fall so ist, dann sag ich an der Stelle tschau. Aber ansonsten bleibt dann! Und abonniert nicht. Ähm... Wer... Ähm... Sorry, Leute, und abonniert. Ich glaube, da ist noch mehr als dein Arm gebrochen. Aber, äh, im YouTube, weil der keine Abonnenten sind. Bestes Beispiel. Sorry, leider. Ne, ich hab... Ich hab... Leute. Gibt's mir... Ne, das hab ich... Hä? Gibt's mir Berechtigung? Ne, das ist mir grad so rausgerutscht, weil... Keine Ahnung warum. Ja, passiert halt. Ne, ist auch grad... Ist auch ein bisschen kacke mit dem Spiel drin. Kennst du diesen Modus eigentlich schon? Kann ich einfach so durch die Sachen fliegen. Ja, wechselmodell. Ich bin der Geist. Wechselmodell. Wechselst du mal Team. Wir machen das Weiterentfernung mit John Fix Waffe. Aber komm mal kurz her. Komm mal kurz her, bevor du wechselst. Komm mal kurz her. Warte. Jum'a. Komm mal kurz her. Fliege jetzt, glaube ich. Komm mal kurz her. Fliege schneller. Fliege hier runter. Ja. Oh, wie hast du das so gemacht? Ja, das meine außerirdische Stadt. Ja, aber wie geht das bitteschön? Du kannst doch gar nicht unter... Ja, klar siehst du doch. Du hast es nur... Geht doch. Siehst du? Guck mal, du kannst es unter... Meine eigene Pommesburger Frittenbude. Okay, jetzt komm, wechselte Team. Wir machen jetzt mit dieser Waffe vom Weiterentfernen eins. Ja, da musst du das irgendwie so gemacht, dass du das irgendwie runtergeworfen hast. Du hast, weil du kannst unter der Erde nicht bauen. Doch, ich kann dir sagen, wie ich das gemacht habe. Guck mal, unter dem Bürgerbahn. Guck mal, komm mal zu mir. Guck mal her. Flieg mal hier runter. Guck mal, ich habe den Laden, der über der Map steht, mit dem hier unten verbunden. Ja, aber ich könnte ja auch nicht hier einfach so bauen. Doch, ja klar, kannst du bauen. Guck mal, guck. Ne, da... Warum kannst du nicht, du kannst dir erst nur kopieren und dann bauen. Also bauen an sich kannst du nicht, du kannst es dir nur kopieren. Und dann kannst du es bauen. LOL. Also, so an sich mit den Platten nicht, aber du kannst, man kann das nur kopieren. Letztest du jetzt Team, nur mit der Waffe. Ja, ich witz. Weißt du was, John Wick, seine Waffe aus der Season 3, müsste dann ja eigentlich das Infrarotlaser sein, weil die Waffen sind beide zum Teil gleich aus. Boah, das ist so eine schwere Losigkeit, das hast du reingemacht. Warum? Das ist die normal. Warte. Ähm, Schwerkraft normal. Neul, das ist ja voll so aus, als wäre das... Keine Ahnung. Hast du jetzt die Waffe, aber geh auf weiter entfernen. Warte. Hä, wo ist hier hin? Wo ist hier hin? Ach, da ist hier nicht so blind. Ich bin blind geworden. Ich bin auf dem Berg. Nein, nicht auf Berg. Du musst vorgesetzt vor mir gehen. Warte, wo bist du? Ach, da. Wie ist hier oben? Du musst vorgesetzt vor mir gehen. Das heißt, das ist auf dem Grauen vor mir. Guck dir das mal an. Lol. Ja, da, 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 da bleibst du jetzt. Bau da eine Treppe und... Und da... Nein, reicht schon. Jetzt eine Treppe und dann geht's los. Lol. Und ich hab kein Chilt, ne? Ich hab kein Chilt, ne? Ich hab kein Chilt, ne? Alter. Ich hatte die zu schnelle Flugkraft an. Lol. Ähm, das ist knapp. Egal, ich hab kein Chilt. Du hast mir noch keiner singt gegeben. Ja, keine Ahnung warum. Junge, warte mal. Ich stell mal eben meine Empfindigkeit an. Oh, ich bin kein Lätschensatz. Warte. Ey, das ist unfair, wenn man sich die noch hoch baut. Junge, das ist unfair. Das hab ich dich auch killt. Jetzt bist du ja sowieso tot. Nur mit der John-Briggs-Waffe, ne? Nur, ich kann eigentlich nicht brauchen, um Bau aber gerade. Lol, warte mal kurz. Ich stell mal kurz in den Betarbehalten an. Okay, eingestückt. Ja, in welchem Gebäude bin ich jetzt? Ist mir auch eigentlich egal. Hat sich jetzt mal jemand gemeldet? Warte, guck ich mal hinten nach. Ich auch kurz einmal? Dein Mann. Die Likes wären gut. Alter, weiter so liken. Das hat sich auch wirklich niemanden gemeldet. Und wenn ich hier gucke gerade... Ne. Warte kurz. Warte kurz. Bruder, Alter. Was erlaubst du dir eigentlich? Taylor, bist du eigentlich da? Reicht doch jetzt. Habe ich auch runterzubauen. Ich schicke dir jetzt eine Einladung. Und dann, Leute, geht's weiter. Na, keine Party-Einladung. Boah, Alter. Ich kann kein Russisch. Dann kann der Spieler das vergessen. Ich kann kein Russisch. Äh, doch kann ich. Was für, Alter, was für kann kein Russisch. Ich hab doch in meinem Ding stehen, dass ich Russisch kann. Obwohl ich's... Äh, doch kann. Ich, ich... Digga, irgendwas durchgeschrieben, was versteh ich nicht. Macht nichts. Ich hab grad nie wieso nichts gemerkt. Ich muss mich jetzt scheiße beeilen. Der Stream wäre fast abgebrochen. Hätte ich jetzt eine Sekunde noch länger gebraucht, dann wäre mein Stream abgebrochen. Hätte ich eigentlich, wenn ich dich umgebracht hätte, hätte das eigentlich auch gezählt, als du bist im Spiel. Wir verpärsten. Jungen, jetzt hör auf, mein... war auch das kaputt zu machen. Loll! Wenn ich dich jetzt noch ziehe, bist du... Allo, Leute, komm auf! Aber du warst schon kein Schild, gell, ne? Ich weiß. Ich hab den Tipi geschrieben, der soll in meiner Lobby kommen. Wie viel hast du noch? Äh, 60? Genau. Ich hab dich die ganze Zeit mit 10 AP gestiegen. Alter, das ist unfair. Ja, dann hattest du nämlich jetzt eigentlich voll Lehm, aber du musst mir auch noch einen Hit geben. Boah, Digga, du bist nicht zu mir hochgekommen. Aber ich muss auffassen, wenn du jetzt zu mir hochkommst. Ich hab ja wieso nicht viel Lehm. Und ich kann nicht bauen oder bearbeiten. Boah, was los? Komm doch runter. Bin ich schon. Alter, die Spielzeiten machen nur irgendwie keiner. Nein, ich hatte 8 AP. Ich hatte 16. Halt die Fresse. Sorry, Leute. Ich guck mal ab, der kurz auch was geschrieben hat, ob der sich gemeldet hat. Wenn nicht, dann halt nicht. Ansonsten doch gut. Komm mal. Wie gesagt, wenn nicht, dann halt nicht. Ansonsten gut. Weißt du, was ich geschrieben habe? Ich hab geschrieben halt... Ich hab halt zu ihm geschrieben, äh, komm in meiner Lobby. Ich hab geschrieben, so wer will Mörder. Und dann hab ich geschrieben, komm in meiner Lobby. Du scheiße, kleiner Besser. Ein einziger Hit hat gelandet. Du scheiße. Ey, du Homolappen. Philipp, was soll das, Alter? Warum beleidigst du direkt? Was hast du gegen mich? Willst du mit uns Mörder spielen? Schau mal deine Base, Junge. Junge, Mero-Ista. Äh, Philipp hat sich bei YouTube genannt Mero-Ista. Und er so, ey, du Homolappen. Und wenn du jetzt so... Wenn du dich entschuldigst, dann banne ich dich nicht. Ansonsten banne ich dich von meinem Kanal für die Streams für immer. Ich brauch kein Hate von dir. So wie ich Philipp kenne, ist dir eben das vollkommen wurscht. Wenn er mich weiter... Ja, danke. Willst du mit uns spielen, Philipp? Nur Mörder, auch wenn du bei allen nicht leiden kannst. Auch wenn du nicht leiden kannst, hast du trotzdem Bock mit uns zu spielen. Mörder. Nur Mörder. Außerdem, Philipp, ähm, meine Mutter ist ja nur ich mal zu mir gekommen, dass er hätte mitkommen. Oh mein Gott, Junge. Alter, Taylor. Ja, okay. Taylor, eins weiß... Äh, sorry, Mann. Philipp, du kannst gleich wieder, ähm, hier schreiben. Taylor, Mann, das hättest du echt nicht machen müssen. Weißt du, was meine Kuppel gerade gemacht hat? Hallo? Weißt du, was meine Kuppel gerade gemacht hat? Was denn? Der hat gerade mal ent- Philipp von dem ganzen Chat... Dann ent- fahr nicht. Sorry. Er hat gerade... Ne, du ent- bannst ihn bitte nicht. Er hat gerade ihn gebannt und seine ganzen Kommentare gelöscht. Oha. Warum darf ich den nicht ent- bahn? Ja, ist ja... Er ist auch gut, das machst du auch wirklich gut, dein Job, dann sehe ich halt, dass du ein guter Kumpel bist und Anerkennung hast, aber trotzdem werde ich jetzt trotzdem Ghost Philipp mal einladen und fragen, ob der mit mir spielen würde. Falls er dann noch im Stream ist. Wenn ich ihn finden würde, Mann. Wo bist du raus? Ghost, 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 ghost. Ist grad kack egal, ich such grad der Philipp. Ich weiß nicht, ich kann Philipp einladen. Ja, dann lad ihn ein, wenn du es kannst. Ich finde ihn nicht in meiner ganzen FA. Ah, da ist er. Einladen, 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 einladen. Okay, Philipp, ich hab dich jetzt eingeladen, wenn du willst, kannst du jetzt mitspielen. Aber nur Mörder, auch wenn es Ryan ist. Ich weiß, du hast Ryan oder nicht. Ich weiß, du sagst doch, dass er halt in der Sexualität schwul ist, aber das ist jetzt mir kack. Egal, und Ryan, du wirst sterben. Mein Gott, alle Schüsse haben connected. Alle Schüsse, Alter. Ich guck's mir jetzt im Stream nochmal an. Deine Humolappen. Alle Schüsse haben connected. Alle. Ich geb dir gleich alle Schüsse haben connected. Alter. Alle Schüsse haben einfach connected, Mann. Bruder, Alter. So, als wenn ich jetzt verliere, Alter, dann bin ich am... Dann bin ich der Schlechtste verliere. Vier Zuschauer, Leute, macht ein Abo. Lasst ein Abo und ein Like da und halt ein Abo. Bruder, Mann. Unions, Scooby-Doo-Bido. In der Luft. Scooby-Doo-Bido. Ja, hab ich grad zwei... Hab ich grad zwei HP dazu? Übrigens Teller hat gar nicht Bastard gesagt. Er hat mir grad persönlich auf WhatsApp geschrieben. Aber wer tat nochmal meinen Stream mit seinen Freunden? Na, wo bist du denn, der Lappen? Teilst du nochmal meinen Stream? Äh, ich hab deinen Stream schon geteilt und so. Aber ich bin grad drin. Ich guck mir aber nicht richtig an. Und ich weiß, dass du mein Stream nicht guckst. Gucken tue ich ihn jetzt nicht so, aber ich bin so gesehen drin. Leute, als ob, als ob keine Schüsse connecten, Alter, was du mir fortletzt hast. Egal, lass mal, ähm, zum Kreativzentrum. Warte. Er wusste. 35, ich weiß nicht, was ich, äh, wie lange ich drauf bin, es bin durchzieht. Ich hab ja, ich hab ja, ich hab morgen wieder Schule, Alter. Morgen ist wieder Schule für mich. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Zum Glück für die ganzen Woche nicht. Wollen wir hier bei Ninja draufgehen oder so? Wenn wir machen. Dann lassen wir auch hier bei Ninja auf die Ninja raus. Diese Ninja. Schon wirklich ist ein Ninja. Der hat, der hat seinen Hund verloren. Was hat er verloren? Dein Hund. Der hat seinen Hund verloren. Ja, der hatte doch einen Hund. Jetzt weiß ich. Und der hat, ähm, glaube ich, im dritten Teil seinen Hund verloren, weil ich hab Werbungen gesehen. Ja, ja, jetzt nicht. Also im dritten Teil hab ich als Schweller gesehen, dass er seinen Hund hat. Und dann war auf einmal so eine Frau oder so und ich glaub, dass sie, äh, John, äh, dass sie den Hund von John Wick BR gemacht hat. Also wie du, wenn du verstehst, wie ich das... Ja, und der Hund bedeutet ihm, hat ihn mehr bedeutet als alles andere. Ach so, das ist eine Aim-Insel fürs Aim-Training. Nein, irgendwie müssen wir hier auf diese Pflanze kommen. Na, warte, ich hab die Nachricht jetzt bekommen. Äh, ja, er hätte Lust drauf. Ja, dann sag, er soll kommen. Warte. Äh, wo ist er, wo ist er? Wo ist er, wo ist er? Wo ist er? Da, Robin. Ich müsste ihn jetzt eingeladen haben. Wie sollen wir hier wieder hochkommen? Warte, ich hab's. Du musst einfach Doppel-X drücken. Einfach durch-X. Du musst das X durchdrücken, dann schaffst du's auch. Brückst du. Hi, möchtest du mit uns spielen? Mach ich grad. Also möchtest du mit uns spielen? Nö. Wir gehen dann auf irgendeine Insel und dann, ähm, kriegt, ähm, machen wir halt drei Pistolen und ne Pamp oder halt mehrere. Mal gucken. Dann gucken wir mal halt. Kann ich machen, wenn ihr wollt. Also du musst es nicht sein. Du musst es nicht sein. Das ist zufälliger Generator. Wir gucken einfach mal, wie es so abläuft. Wo seid ihr? Äh, wir sind grad noch in einer Map, aber wir verlassen dann jetzt auch. Rückgucken. Nein! Warte, warte. Ich will's noch einmal versuchen. Warte, hast du ne Map? Robin, hast du vielleicht ne Map? Ich könnte schnell eine machen, dauert ja nicht lang. Also wenn du eine Map hast, wenn du so eine Map hast, ähm, wo wir halt drinnen sind, in so einen kleinen Raum mit halt Stroh und so, dann würde das halt schon reichen mit so eingebautes Kästchen und so. Ich kann dir auch helfen. Nein! Ich will hier endlich rein, Alter! Ich hoffe, das ist auch nicht schlimm, ähm, Robin, wenn ich grad noch am Stream bin. Ja, glaub. Ähm, ich würd dann sagen, wir gehen auf meine Insel und bauen da dann irgendwas Gutes oder, wartet mal, ich geh einfach kurz über YouTube und hol mir mal kurz einen Link für ne Murder Map. Geht sofort. Was ist jetzt hier los? Fortnite Mörder-Code. Ach, ihr willst Mörder spielen? Ja, ja. Ich glaub, ich bleib bei meinem Outmour sprechen. Okay, ich hab jetzt... Boah, ne alter, alter, wie groß ist die, Mann! übertreibt man nicht mehr als eine obwohl die web ist doch nicht so groß ich hole mir jetzt den code einfach die mir bist doch nicht zu groß eben sogar die schütze an so ja komm ist mir egal ich zeige ich zeig rein da runter wenn ich war ein darm unterwäsche zeit ist ein puls auf 100 das ist wenn ich die damen unterwäsche zeige ist ein puls auf 100 wartet immer mit der ruhr ich hab's moco nichts in der hand warum geht los tc hh innocent in the book kummer sich in der hand habe ich hab die granate ich war es diesen zwei alter ich bin aus diesen zwei aber ich hab nicht zahnseide oder noch mal zahlen seit ich liebe zahn und mach mal wohl ich bin jetzt ich bin jetzt ok mit c3 wir haben mehrere kisten und da müssen wir öffnen jeder hat jetzt eine kiste es gibt es gibt also wenn man was du hast ich glaube ich glaube jagdgewehr und busch und so ist detektiv und hier um sniper diegel und so ja zeug ist ja der mörder und nein wenn du eine schall gedämpfte pistole hast bist du innocent und wenn du halt in eine andere war fast sie kein schall gedämpft ist dann bist du halt mörder und du darfst den mörder halt abknallen also wie ich jetzt gesehen habe ist also rein ist innocent war ist innocent ich weiß nicht wer innocent ist also das ist so eine map die entscheidet ja alle haben wir alle auch das hat irgendjemand eine andere pistol ja er hat den jagdgewehr dann sind wir fertig dann war ryan der mörder er ist mörder ich habe seine waffe geklaut jetzt ja aber jagdgewehr ist der das ja und der das ist ja da charlie sniper und dem deal und so ein scheißes mörder ja aber einer von uns drei muss es ja bekommen ja das war dann wahrscheinlich robin da oben ich habe nur die schall die piste bekommen okay das ist dann irgendwie komisch aber kein plan er hat mich durch den busch angehittet zu der busche war ist das war dann ich habe dieses spiel hat jemanden code was dieses spiel auch sinnvoller ist nein das ist schon sinnvoll dass du musst dich jetzt noch umbringen ja ich bin jetzt einfach zurück zum kreativzentrum ich komme sofort wieder rein dass man normal spielen nee nee habe ich kann ich kann nicht ich habe gebrochen ich bin noch mal die map versuchen ich will ja ich habe extra die leute angeschrieben für mörder ja du willst mitmachen aber du kannst ja nicht du darfst ja nicht spielen also das sein mörder naja kuppel kann ich mitspielen weil der gesagt hat er kann nicht spielen nicht mitspielen weil er es morgen kann wenn man halt ist also mein hat die recht wenn man so ein jagdgewehrt ist man halt mörder und mit der pistole und das ist man detektiv ja und wo wer ist ein mörder ja ich soll auch mit einem diegel und schallgedämpfte sniper ja und wo aber wir wissen wer das hat ja das muss man heraus warum laufen ja das ist der sinn des mörders also ich bin auf jeden fall bleibt weg ich bin detektiv geht weg ja ich hab mir gewerkt 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 bin detektiv rein war dann ja ja rein hat gewonnen weil du musst dich jetzt noch umdrehen oh mein gott alter scheiße das macht spaß ich hab jetzt verstanden alter hier bei nach dem anderen rasiert aber wir machen das jetzt so wenn wir das jetzt noch mal spielen machen wir das so man darf denjenigen nicht direkt kühlen wir müssen das in einer langen umdrehen warte mal ist kein spiel starten doch ich hab jetzt gestartet ja danach machen gehen wir aber noch mal tim du opfer ich mache es einfach ja lass ihn teller lass ihn das heller ja lass ihn er hat ja zu dir gesagt er hat er ist ein frauen teiler ist ja teiler also man sagen wir es jetzt so man darf nicht direkt die sachen waffen raushalten also rausholen und man darf auch nicht die waffen zahlen also man da die runde muss das macht man allgemein warte mal kurz die runde muss lange verlaufen und keine waffen mehr rausholen jetzt erstmal erstmal spielen vernünftig doch man darf mit mit schallgedämpfte pistole rumlaufen weil das hat jeder egal ob detektiv oder hast du denn ja ich habe eine ich habe eine schallgedämpfte ach so wenn die kisten ich öffne musst du dich drauf stellen nur teller beleidige nicht direkt das immer also wenn ihr mich tötet dann seid ihr selber schuld ich bin detektiv also bleibt weg man ich bin der die hier kommen her ich bin ich glaube dass ich sagen dass die detektiv ist man ja keine ahnung jetzt habe ich aber außersehen gesagt auch und wir müssen gleich nach der runde um um war weiter teiler mit rein kommt ab scheiße ja dann würde ich mal sagen ihr habt gewonnen ich habe mich gewonnen ich muss ihn kalle das ist ja immer einer in der es das ist ja immer einer in der es das ist innocent das ist der ist jetzt innocent gewesen der hat mich ja gekillt er hat sich ja nicht ja also es ist ja doch er eigentlich mehr das ist doch dumm der hat ähm der mörder wurde ja schon gekillt ich halte mich nur an der Mörder insofern die Erwanderung geliebt wird er ist ein Video an ich kenne er hat die Stelle ich hab's lang nicht mehr gespielt denn sie haben uns damit die Videos um mit um die Freude der dreizehnte so gesehen ist auch Mörder immer der Reine und alle um er muss versuchen die um anderen umgekehrt doch wohl im Alter ist halt ganz easy Junge Taylor auf damit ich hab ein Black Screen ich hab Black Screen hallo guck doch selber in meinem Stream bring doch dich um guck mal meinen Stream Alter ich kann nichts mehr machen da waren gerade Impulsgranaten bring dich damit um hallo ich kann nichts machen du musst dich umdrehen versuchst doch du Opfer Junge warum beleidigst du direkt was hast du Alter jetzt ziehen wir die gleichen Skins an jetzt ziehen wir die gleichen Skins an nein du kannst mich ich zieh keine gleichen Skins an leckerer das hier ist normal spielen das ist voll lang ich bin doch schon drin wiederherstellung der Insel Linse 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 Trost wiederherstellung ich schweb in der Luft gut dass ich die Kiste nicht aufmachen kann und ich schweb in die Kiste nicht aufmachen kann